Die gute alte D-Mark ist gestorben. Alle Münzen und Scheine versammeln sich vor dem Himmelstor und begehren Einlass. Was wollt ihr hier? fragt Petrus. Durch die Einführung des Euro sind wir gestorben, sagen die Münzen und Scheine. Deshalb möchten wir in den Himmel. Petrus öffnet daraufhin das Himmelstor und die Pfennige und Markmünzen ziehen in den Himmel ein. Auch der 20-Mark-Schein gelangt noch durch die Himmelsworte. Doch plötzlich schließt Petrus das Tor. Der 50-Mark-Schein, der 100er, der 500er und der 1000er protestieren lauteils. Warum durften die anderen denn hinein, wir aber nicht? Darauf erwidert Petrus, tut mir leid, aber euch habe ich in der Kirche noch nie gesehen.